Jetzt brauche ich die Briefumschläge, Dritte, Zweite und Mrs. Deutschland 2017. Lieber Kapellmeister, Dritte, Mrs. Deutschland mit 260 Punkten, Gratulation an Nordrhein-Westfalen. Mr. Hollywood Universe bringt schon die Scherbe mit und Ikone. Er darf jetzt der dritten Mr. Deutschland einmal die Scherbe übergeben. Dankeschön an Hamburg. Lieber Kapellmeister, Vize-Mrs. Deutschland mit genau 280 Stimmen. Geht an Ostdeutschland. 16 Kandidaten und nur eine Dame kann heute den Titel mit nach Hause nehmen. In ihrem Bundesland und sie wird ein Jahr lang Deutschland repräsentieren. Mrs. Deutschland, die schönste Ehefrau Deutschlands. Mit 310 Stimmen geht an Süddeutschland. Mein Name ist Yvonne Gauthier. Ich bin leider nicht verwandt oder verschwägert mit dem französischen modischen Franchard Paul Gauthier. Aber ich habe diesen wundervollen Namen meinem ganz wunderbaren Mann zu verdanken. Ich bin 28 Jahre jung und komme aus dem Raum Bodensee. Dann jeder Einblick gibt die Vofone heute ab. Und gratuliert natürlich der neuen Mrs. Deutschland 2017, dein Gang einmal bitte nach vorne. Und gratuliert die deutsche Frage für ein Jahr lang. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020